So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go. Ich habe heute eigentlich sowieso schon zwei Videos rausgehauen. Eigentlich wollte ich eins machen, dann habe ich zwei rausgehauen. Jetzt habe ich gerade diese News gelesen, wegen den nächsten zwei Events. Danach kommt noch Ankündigung hier. Pokemon Go-Face-Teaser-Build ist da, alles mögliche. Eigentlich wollte ich jetzt ins Bett, muss auch noch Geschenke machen. Pupsi war das auch schon, ist wieder stocksauer. Und ich habe mir gedacht, ich haue kurz einfach noch diese Info raus, weil es ist also hier so ein Teaser-Build veröffentlicht worden für das Pokemon Go-Fest 2020. Auf die zwei Events kommen wir danach. Das ist das letzte, was jetzt aktuell war. Und es ist ja noch nicht viel bekannt, außer dass es zwei Tage sind. 25. und 26. Juli, glaube ich. Und dass ihr von 10 bis 20 Uhr spielen könnt, an beiden Tagen, also insgesamt 20 Spielstunden. Aber was sehen wir jetzt hier auf dem Bild? Bisher konnte man sich ja in den Bildern immer sehr viel, äh, konnte man da sehr viel rauslesen. Hat gesagt, boah, guck dir das an und das und das. Aber irgendwie bin ich ein bisschen, naja, weiß ich noch nicht, was ich von halten soll. Ich kann das mal hier hin und her schieben, was weiß ich. Ich muss mal kurz die Kamera hier weg machen, wo sehe ich das dann wieder hier? So, Video, Bildschirm, Video. Wenn wir hier oben rechts gucken, sehen wir ein Glurak. Yeah, wer wollte nicht schon immer mal ein Glurak haben? Daneben seht ihr ein Alola Kogowai. Okay. Hier unten liegt ein Relaxo. Wow, richtig heftig. Was haben wir noch? Vipitis, Sengo. Gab's ja alles schon so, ganz normal zu fangen. Ist dann kontinental gewechselt hin und her. Ihr habt Pikachu, ihr habt Evoli. Ganz typisch natürlich. Hier schwebt ein Icognito. Okay. Hier ein Lampi, was jetzt zur Safari-Zone eingeführt wurde. Das ist eigentlich noch ganz cool, ganz interessant. So, auch als Shiny und so, ne. Kann man mal mitnehmen. Aber das Interessanteste an diesem ganzen Bild ist einfach nur das Kaumalad, was hier hinten sitzt. Wäre natürlich cool. Viele haben noch keinen Knackrack oder viele brauchen noch Kaumalad. Bonbons ist ja sowieso selten in der Wildnis. Und aus den Zähnereiern muss man auch erstmal Glück haben, das zu bekommen. Aber an sich, das ganze Bild, es sieht schön aus, fröhlich aus. Macht Bock auf den Sommer, ne. Wenn es nicht den ganzen Tag regnen würde. Also momentan heute war es auch übelst heiß, aber es hat immer so geregnet. Aber das einzig Interessante, was hier zu sehen ist an sich, ist eigentlich wirklich nur das Kaumalad. Oder findet ihr was anderes hier von genial? Denkt ihr, das war schon alles? Denkt ihr, da kommt noch was? Es ist auch im Prinzip, wenn man es so nehmen will. Lampi gibt es als Shiny. Kaumalad als Shiny. Sengu Vipiti ist als Shiny. Alola, Kokowai, Glurak. Pikachu, Evoli, alles als Shiny. Shiny Relaxo? Also Relaxo gibt es auf jeden Fall noch nicht. Da liegt ein Relaxo. Ob da Shiny Relaxo kommt? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Das machen wir aber jetzt mal zu. Verdammt, da habe ich es schon als Desktop-Hintergrund kurz rein. Und wollen uns einfach mal kurz auf die nächsten zwei Events konzentrieren. Was denkt ihr denn? Kommt Shiny Relaxo, ja. Kaumalad, vermehrt, überall. Richtig brutal. Ich meine, man kann das sicherlich nicht vergleichen, das Go-Fest zu Hause mit einem Go-Fest. Einfach irgendwo. Das ganze Feeling fehlt einfach. Was aber jetzt wichtig ist, was uns demnächst ansteht. Äh, die Sonnenwende und die Käferkrabbelei. Das sind nämlich die nächsten zwei Events. Wir haben hier ein schönes Bildchen dazu. Haben hier die Details schön in der Übersicht. Sonnenwende-Event am 19. Juni. Also im Prinzip in sieben Tagen. Vor allem 17 Uhr. Bis 24. Juni, 22 Uhr. 17 Uhr hat auch noch nie was angefangen, oder? Pokémon mit Bezug zu Sonne und Mond wie Pipi. Was ja auch seine eigene Spotlight-Stunde bekommt. Und Sonnenkern erscheinen häufiger wild. In Raids, in Forschungen und außerdem schlüpfen sie aus 5 Kilometer-Eiern. Da würde ich sagen, brüte ich aber trotzdem eigentlich lieber die 7 Kilometer-Eier weiter. Da er da ja trotzdem die Alolas und die Gallas bekommt. Und ja, was will ich mit den anderen Dingern? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich brauche auf jeden Fall das Pipi-Shiny nicht mehr. Ich habe die Familie voll. Auch bei Sonnenkern voll. Die 5 Eier sind für mich jetzt gar nicht interessant. Wenn es für euch interessant ist, schreibt es mal rein. Pipi ist als Shiny verfügbar. Ging bisher nur über das Entwickeln von Shiny Pi. Da gibt es das aber in dem Event so. Und wie gesagt, das ist ja dann auch die Spotlight-Stunde. Wo das eben auch komplett übelst vermehrt spawnt. Da können bestimmt einige eins abgreifen. Die werden wir auf jeden Fall auch wieder im Livestream übertragen. Lunarstein und Sonnenfell erscheinen weltweit in Stufe 3 Raids. Wer das braucht. Und in 5 Kilometer-Eiern habe ich auch beide Shinies. Ich weiß auch nicht, sind die Solo so easy machbar? Habt ihr schon mal einen 3er-Raid gemacht von den beiden? Die waren ja schon mal da in 3er-Rails. Da habe ich glaube ich auch keinen gemacht. Ansonsten 5 Kilometer-Eier weiterbrühen. Lunarstein erscheinen vom 19. bis 22. häufiger in Deutschland. Sonnenfell erscheinen vom 21. bis 24. häufiger in Deutschland. Nach dem Event bleibt Sonnenfell in regulären Zeiten in der östlichen Hemisphäre anzutreffen. Lunarstein und Sonnenfell wechseln somit ihre Erscheinungsregionen weltweit mit dem Event. Super. Und es gibt doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Sprich, also 5 Tage lang doppelten Sternenstaub. Das finde ich genial. Dafür habe ich meine Sternenstücke aufgespart natürlich. Dass ich die da raushauen kann. Ihr habt dann noch ein schönes Bild von Shiny Pipi. Wie das aussieht. Das Shiny Pixi haben sie nicht angezeigt. Wie findet ihr das? Findet ihr das krass? Ist das cool? Es gibt also in dem Sinne kein neues Shiny. Sonnenfell, Lunarstein sind halt als Shiny da. Pixi, äh Pipi meine ich. Und Sonnenkern. Aber das ist ja alles nichts Neues. Das gab es ja schon. Und genau dieser Wechsel zwischen den zwei ist alles alter Gulasch. Dann haben wir aber noch die Käferkrabbelei. Und da freue ich mich eigentlich sogar ein Stück mehr. Ja, aber was steht hier denn jetzt alles? Vom 26. auch 17 Uhr bis Mittwoch, dem 1. Juli 22 Uhr. Käfer-Pokémon treten vermehrt wild in Raids, Forschungen und 5 Kilometer-Eiern auf. Shiny Littomiff wird erstmals veröffentlicht. Und das ist diese süße kleine Krabbe, die man hier oben sieht. Also guckt doch mal, wie süß die ist. Die finde ich auf jeden Fall cool. Auch die Weiterentwicklung ist sozusagen wie das Krabbi von der ersten Generation. Nur halt jetzt in der anderen. Und das ist ein neues Shiny. Das gab es bisher noch nicht. Ihr seht, das ist wahrscheinlich einfach nur ein bisschen knuspriger. Also ein bisschen rötlicher als das andere. Und die Weiterentwicklung sieht einfach aus wie ein Gala-Pokémon. Wie der Bruder von Gala Smogmog oder so. Auf jeden Fall, Shiny Littomiff wird erstmals veröffentlicht. Es gibt doppelte Fang-EP. Beim letzten, also hier oben sind es ja doppelte Staub. Hier gibt es doppelte Fang-EP. EP für mich ist jetzt eigentlich nicht mehr so interessant. Das kläre ich immer alles über die Freunde. Ihr freut euch vielleicht, wenn ihr noch nicht Level 40 seid. Aber ich mag den Staub eigentlich mehr. Am coolsten wäre es, wenn es hier den Staub gibt. Dann wäre das mein absolutes Lieblingsevent. Rauch lockt allgemein mehr Käfer-Pokémon an. Zu bestimmten Zeitpunkten erscheinen ausgewählte Käfer sogar noch häufiger. Am 26. 8 Uhr bis 27. 0 Uhr. Ninkada. Wer da noch ein Shiny braucht, schlagt auf jeden Fall zu. 28. bis 29. Was ist dazwischen denn immer? Nix. Gut. Also vom 27. Früh bis 28. Nacht ist nix. Es ist immer also ein Tag dazwischen sozusagen Pause. Am 28. bis 29. Von 12 bis 24 Uhr dann Wumpel. Wer die ganzen Weiterentwicklungen von Wumpel noch braucht. Also das auch sehr interessant für Shiny-Jäger. Ansonsten Wumpel. Ein kleines, kultiges Pokémon. Aber jetzt nicht wirklich nützlich. 30. Juni. Bis 1. Juli. Sichlor. Verdammt cooles Shiny, wenn ihr Cherux dann entwickelt. Dieses grüne. Also gönnt euch da auf jeden Fall ein. Und am 28. Juni gibt es drei Stunden lang von 11 bis 14 Uhr den Raid-Tag mit Pinsier. Viele Pinsier-Raids. Jetzt drei Fan-Raid-Pässe für eine Münze im Shop. Sonst war es ja auch immer so, dass bei diesen Raid-Days es 5 Grad ist. Pässe gab. Von Haus aus. So wie es aussieht, lassen sie die weg. Und ihr kriegt halt drei Fan-Raid-Pässe für eine Münze. Pinsier habe ich auch schon Shiny. Also das habe ich alles Shiny. Für mich ist trotzdem die Käfer-Krabbelei das bessere Event. Weil hier gibt es nichts Neues. Da ist nur der Staub interessant. Hier habt ihr aber viele coole Shinies. Weil Sichlor, Ninkada, Waumpel sind eigentlich alle sehr genial als Shinies. Für Sammler so. Da ist der Pinsier-Raid-Day noch dabei. Dann ist das neue Shiny dabei. Das Lito-Miff. Finde ich also persönlich interessanter. Schreibt ihr mal rein, was euer Favorit ist. Die Käfer-Krabbelei oder die Sonnenwende. Und der Raid-Day mit Pinsier. Da muss ich mal gucken. Weil ich habe ja eins. Früher haben wir das so gemacht. Wenn da Arctos, Zapdos, Lavados war. Wir sind rum. 26 Raids in den zwei Stunden. Versucht die 30 zu machen. Alles gegeben. Aber bei Pinsier. Da werde ich wahrscheinlich. Ja, die drei Fan-Raid-Pässe halt. Obwohl eigentlich kann man die ja auch aufheben. Das ist es ja. Die anderen fünf Freipässe musste man ja in dieser Zeit verbrauchen. Die Fan-Raid-Pässe. Die könnt ihr euch da eigentlich kaufen. Und auch aufheben für was anderes. Theoretisch bräuchte ich den Pinsier-Rader gar nicht zocken. Aber mal gucken. Vielleicht sind ja ein paar unterwegs und brauchen das noch. Ich denke nur hier an den Geitsch. Also den Mann Faulwurf und die Niki. Vielleicht brauchen die ja sowas. Mache ich halt mit denen mal eins, dass die das haben. Und dann passt das ja vielleicht auch. Wie findet ihr den Pinsier-Raid-Day? Braucht ihr Pinsier noch, Shiny? Braucht ihr das nicht? Was sagt ihr allgemein also zu den Events? Wir lassen uns mal überraschen. Das war es auch schon eigentlich. Nur kurze Infofolge sozusagen. Und die baller ich jetzt noch fix raus. Noch Geschenke machen. Alles hin und her. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Peace out. Vorhaut euer Ramses.